Hallo! Ja, es ist bald wieder die Zeit. Es wird Winter. Es wird früher dunkel. Wir haben Weihnachten. Es geht ums Licht. Dieses Video ist wieder ein Unboxing für einen besonderen Würfel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir packen jetzt den Würfel mal aus und schauen mal genau, was das ist. Dranbleiben, euer Speaker Shocker. Ja, so sieht das Paket dann aus. Keine Sorge, es sieht wuchtiger aus, als es ist. Wir kommen hier gerade mal auf 4 Kilogramm Gewicht. Jetzt mache ich hier vorsichtig das Paket mal auf. Zumindest auch hier wieder gut verklebt. Es kommt wieder aus dem selben Haus wie den Plattenreiniger, den ich vor knapp einer Woche vorgestellt habe. Und da bin ich immer noch sehr begeistert von. Dieser antistatische Effekt, der hält jetzt schon über eine Woche lang. Also, sonst waren die Schallplatten ja immer sehr, sehr schnell zugestaubt. Jetzt ist es nicht so, dass es jetzt, jetzt ist es, staubt nicht schneller zu wie andere Geräte auch. Oder andere Gegenstände, die in unmittelbarer Entfernung liegen. So, wie ich schon vorab erwähnt habe, kurz, es handelt sich hier um einen Würfel, der beleuchtet werden kann, beziehungsweise der beleuchtet ist. Ereignet sich somit also wunderbar als Deko-Element für die Wohnung, für die Messe, für eine Diskothek, für, es gibt vielerlei, vielerlei Anwendungsmöglichkeiten. Das Besondere daran ist, man kann in der Mitte einer Fernbedienung bedienen. Und wenn man keine Lust auf eine zusätzliche Fernbedienung hat, ist das kein Problem. Das Smartphone kann zur Steuerung ebenfalls verwendet werden, über eine App. So, wird wahrscheinlich die Fernbedienung sein. Und hier, da wir auch einen Internetzugang brauchen, einen Wifi-Connector oder Controller. Sehr interessant das Ganze. Aber jetzt bin ich ein bisschen hebelig. Ich will ja jetzt erstmal wissen, was wir hier drin haben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Karton am geschicktesten aufmache. So, die Schere ist schon ein bisschen zu groß hierfür, ja. So, es können beliebig viele Würfel miteinander kombiniert werden, ohne dass ich jetzt mehrere Smartphones oder Fernbedienung brauche. Auch für die Leute, die vielleicht einen Friseursalon besitzen und irgendwo noch so einen Eyecatcher brauchen, ist das hier auch eine ideale Lösung. Meine Güte, das ist hier aber, jetzt hat es Klebeband verloren. So, Stromzufuhr brauchen wir natürlich auch, wie alles auf der Welt ohne Elektrizität geht, so einfach nichts. So, und wie gesagt, der Würfel ist richtig leicht. Wir kommen hier nicht mal auf 4.000 Gramm, also 4 Kilogramm. Und da steht er auch schon. Sieht ja jetzt schon mal gar nicht schlecht aus. Aus Kunststoff ist das Ganze ausgeführt. Die Elektronik verbirgt sich im unteren Teil des Würfels. Hier sieht man ja, sieht man hier so Füße hat er auch, damit er vernünftig auf dem Boden, auf dem Teppich oder auch auf dem Tisch stehen kann. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, wir verbinden den ganzen Würfel jetzt einfach mal mit dem beigelegten Adapter hier. Kaum mit dem Strom verbunden, schon liegt das Auge bei dem Würfel. Dreck fängt der Würfel hier an, uns hier eine schöne farbenfrohe Lichtwelt zu präsentieren. Keine Sorge, die Änderung der Farbe, die Geschwindigkeit, lässt sich alles noch regeln. Zum Beispiel hier mit dieser Fernbedienung hier, die wir jetzt auch mal auspacken werden. Eieiei, das sieht aber, das sieht aber schön aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob Batterien schon im Gerät drin sind. Sind sie nicht, sind wahrscheinlich noch verpackt. Sieht gut aus. Keine lästigen Knöpfe, wo sich Staub drinne reinsetzt. Sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt den Wifi-Controller oder Wifi-Connector. So verbinden wir das Gerät jetzt einmal ganz gewohnt via USB mit dem Computer. Ja, und nachdem dieser Transmitter oder Wifi-Connector hier da mit dem Strom verbunden ist, kann es auch schon losgehen. Zumindest mit dem Handy-Teil. Fangen wir mal mit dem Handy-Teil an. Ja, nachdem wir dann den Wifi-Controller mit Strom verbunden haben, das kann über das Laptop erfolgen. Oder hier, wie man das vom Handy, kann man jetzt ein bisschen blöd sehen. Aber man kennt es vom Handy auch so USB-Ladestationen oder so. Lade-Adapter hier. Funktioniert das auch, kann man das auch wunderbar mit Strom betreiben. Aber damit das Ganze auch funktioniert, brauchen wir noch eine App. Die App kann man im Play Store runterladen. Heißt, Mi Lite ist kostenlos. Apple-User müssen das genauso machen. Da heißt die App genauso. Ich habe sie hier schon runtergeladen. Wie gesagt, die kostet nichts. Die muss man sich installieren, wie jede normale App auch. Kennt man, jeder hat schon mal eine App runtergeladen. Und dann müssen wir in die Einstellung des Handys gehen. Wir müssen einmal WLAN aktivieren. Und wenn dieses passiert ist, müssen wir uns mit dem Wifi-Controller verbinden. Der heißt hier MiLight2788.de. Kann man auch umbenennen. Gehen wir auf M. Und sobald er verbunden ist, ist eigentlich schon alles okay. Okay, jetzt starten wir die App. Und sehen hier schon, der Würfel wird erkannt. Hätte ich jetzt mehrere Sachen, ich kann ja mehrere Sachen kombinieren. Das ist ja das Schöne bei der App. Ich kann hier 19 Würfel kombinieren, wie ich lustig bin im Haus. Verteilt aufstellen, die Namen hier ändern. Oder ich kann auch LED-Stripes damit bedienen. Und, und, und. Ich kann hier kombinieren, wie ich will. Gut, wir gehen auf jeden Fall mal hier drauf. Und jetzt ist wichtig, hier werden wir jetzt hier konfrontiert mit unterschiedlichen Fernbedienungs-Designs hier auf dem Display. Wir können aber nicht nach Belieben wählen. Wir müssen uns ein spezielles Modell auswählen. Und zwar gibt die Bedienungsanleitung vor, dass wir diese Fernbedienung hier beiliegend haben. Und wenn wir jetzt in die Gebrauchsanleitung sehen, sehen wir hier, dass wir hier, so geht besser, dass wir hier dieses Modell der Fernbedienung haben. Das heißt, wir müssen uns auch dieses Design hier vom Handy nutzen. Also wählen wir das Design aus. Das war dieses hier. So, und jetzt kann man den Würfel bedienen. Beim ersten Mal muss man folgendes tun. Wir müssen das Gerät einschalten. Und analog dazu, also gleichzeitig, in der Bedienungsanleitung wird was von einer NU-Taste oder UN-Link-Taste erwähnt. Und hier, hier, UN-Taste. Diese müssen wir dann so folgt erstmal drücken, damit hier eine Verbindung aufgebaut werden kann mit der App. Das tun wir jetzt erstmal. Also wir schalten das Gerät ein und drücken gleichzeitig diese Taste. Halten wir ein bisschen gedrückt. Wir machen das jetzt einfach mal. Und jetzt kann ich hier, wie man sieht, mit der App hier wunderbar den Würfel hier steuern. Ich kann ihn ausmachen, ich kann ihn anmachen, ich kann die Helligkeit einstellen. Ich kann hier den Lichtmodus auswählen, den ich hier haben möchte, den der Würfel wiedergeben soll. Hier ein gemütlicher Farbwechsel, da kann ich hier jetzt auch die Geschwindigkeit einstellen. Entweder langsamer oder schneller. Ich kann hier andere Modis auswählen. Jetzt blinkt da so ein bisschen hin und her. Können wir auch noch die Geschwindigkeit etwas erhöhen. Die ganzen unterschiedlichen Lichtmodi lasse ich gleich im Video einmal durchlaufen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das mit der Fernbedienung funktioniert. Die Fernbedienung bedarf hier zwei Batterien des Typs AAA. Die sind im Lieferumfang nicht enthalten, aber ich finde es besser, als wenn jetzt irgendwie eine Knopfzelle dabei ist, weil diese Batterien einfach leichter verbreitet sind und die kriegt man in jedem Handel. So Knopfzellenbatterien, das ist manchmal schon ein bisschen schwieriger. So, um diesen Würfel dann jetzt halt mit der Fernbedienung zu steuern, die sieht sehr geil aus, ganz ehrlich. Zu steuern müssen wir genauso vorgehen, das heißt, wir schalten das Gerät wieder ein und drücken wieder diese wie in der Betriebsanleitung die UN-Taste oder UN-Link-Taste genutzt, damit hier auch eine Verbindung aufgebaut werden kann. So, und wie wir gesehen haben, funktioniert das hier wunderbar. Also auch hier wieder einschalten und dann diese Taste drücken. Und hier können wir jetzt hier wunderbar hier 265 Farben stufenlos regeln. Ich finde hier mit der Fernbedienung macht das Ganze dann auch ein bisschen mehr Spaß, als mit dem Handy das zu steuern, weil, ha, toll. Und vor allem, das ist jetzt auch egal, in welche Richtung ich die Fernbedienung halte, reagiert. Es ist nicht so, dass jetzt hier unbedingt mit der Fernbedienung, die man hier unbedingt auf den Würfel hier halten muss. Nein, das funktioniert auch so. Und auch hier können wir uns wieder einen Modus ausbilden, wie der Würfel hier leuchten soll. Ja, die Geschwindigkeit können wir einstellen. Also alles wie vom Handy auch. Und jetzt können wir das Gerät auch hier einfach ausschalten und einschalten. Wunderbar. Jetzt hier lasse ich den Würfel einfach nochmal ein bisschen an Strom, damit der Akku hier drin aufgeladen werden kann. Und dann testen wir gleich mal, wie auch ohne direkte Stromzufuhr so funktioniert. In anderen Räumen als Dekobeispiel zum Beispiel. Wenn es ein bisschen dunkler ist, damit wir die Helligkeit dieses Schätzchens hier mal genauer beurteilen können. Ja, wir haben ja unterschiedliche Lichtmodi, die wir mit diesem Würfel darstellen können. Wir schalten ihn einfach mal ein. Und mit diesen beiden Tasten hier können wir die Modis durchgehen. Das werden wir jetzt einfach mal tun. Und mit diesen beiden Tasten hier können wir die Modis durchgehen. Und mit diesen beiden Tasten hier können wir die Modis durchgehen. alle geschwindigkeiten lassen sich natürlich für jedes modi extra einstellen es gibt auch einen modus das alles einmal komplett durchläuft so und jetzt schauen wir uns den würfel mal in der dunkelheit an ja ja habe ich dann einfach mal mit der fernbedienung quer durch die farben einfach mal ausgewählt und man sieht dass der würfel mit den zwölf leds schon ordentlich licht bringt ohne dabei jetzt zu hell zu wirken oder gar zu blenden er färbt das ganze zimmer quasi in einen wunderbaren farbton ein und auch im eingangsbereich einer wohnung würde der würfel sich sicher sehr gut machen denn jetzt mal ganz ehrlich gesagt ist es nicht schön in eine schön beleuchtete wohnung zu kommen und hier noch ein paar beispiele wie der würfel sich auf einen lowboard oder sideboard machen würde in unterschiedlichen farbeinstellungen auch direkt auf dem fußboden macht der würfel eine gute figur und natürlich im badezimmer verwandelt er den raum direkt in einen großen wellnessbereich sicherlich schön anzusehen auch wenn man sich es in der badewanne bequem macht entweder alleine oder in ein trauter zweinsamkeit mit der freundin ja und das waren nur ein paar beispiele wie man den würfel effizient und wirklich nett einsetzen kann da er auch noch wasserdicht ist wie gesagt kann man ihn wunderbar im sommer bei einer grillparty schön auf die terrasse stellen oder auch zu hause auf den balkon macht er sicherlich auch eine wunderbare figur für die kinder als nachtlampe auch gut geeignet immer noch besser als manch als andere eine steckdose zu tun oder sowas da ist das ja eine wunderbare sache ist leicht und vor allem gar keine verletzungsgefahr dran das ist auch schon mal sehr schön unterschiedliche größen gibt es natürlich auch unterschiedliche preise link zu dem produkt hier und zu dem shop findet ihr natürlich in der video beschreibung das ding läuft hier akkulos in der betriebsanleitung steht es dass es bis zu acht stunden in vollster helligkeitsstufe geht und wenn man das ganze ein bisschen dunkler macht dann läuft er bis zu zwölf stunden ich habe es ja alles in der höchsten helligkeitsstufe wir sind jetzt in der achten stunde mit dem akku also das hält ja ich habe mich sehr gefreut dieses video machen zu dürfen also da wieder großes lob an selben evan dass ich dieses video machen durfte und da wir ja bald weihnachten haben ist das sicherlich eine schöne geschenk lesung für jemanden denn noch nicht wirklich schönes deko material in der wohnung stehen hat oder einfach auch so einfach ein bisschen licht haben möchte für diejenigen ist das hier wunderbar und es gibt so viele anwendungsmöglichkeiten für das ding ich kann auch die ganzen led stripes die man hier kennt die ich an der treppe schon installiert habe könnte man in der app steuern wenn diese das unterstützen dann könnte man was man ja im handy gesehen da wurde jetzt nur der würfel angezeigt hätte man auch andere sachen die kompatibel wenn dann würden die auch noch angezeigt man könnte dann von der küche aus im obersten geschoss schon mal den würfel an machen oder man kann wenn man nach hause kommt schon mal dann wenn man im würfel im eingangsbereich des hauses oder wohnung stehen hat kann man den dann schon mal einschalten und je nach belieben und natürlich im garten kann man auch beliebig viele verteilen läuft ja hier über akku ist alles gar kein problem ich hoffe das video hat gefallen und wenn ihr lust auf dieses gerät habt schaut einfach mal vorbei viel spaß dabei bis zum nächsten video euer speaker schocker